Gut möglich, dass dieser Subaru das Auto ist, das zu Ihnen passt. Der Antrieb wird von einem Benzinmotor geleistet und einer Automatik. Im Interieur finden Sie eine Klimaautomatik, einen Regensensor und Servolenkung. Haben Sie Interesse an diesem Auto? Kontaktieren Sie uns jetzt und wir stellen das Auto bereit für eine Probefahrt. Bis zum nächsten Mal.